Die Attribute fügen Nomen oder Substantiven weitere Informationen hinzu. Sie gehören zu dem Nomen und lassen sich nicht abtrennen. Sehr häufig tragen sie die Aussage des Satzes. Es gibt fünf Arten von Attributen, nämlich Adjektivattribut, Adverb als Attribut, Genitivattribut, Präpositionalattribut und Apposition. Nach Attributen fragt man mit welcher, welche, welches oder was für ein. Also, welches Fahrrad gehört dir? Das Fahrrad in der Garage. Was für ein Vogel landete am Vogelhäuschen? Ein schöner Vogel. Auch wenn man den Satz umstellt, klebt das Attribut am Nomen. Am Futterhäuschen landete ein schöner Vogel. Man kann das Attribut nicht abtrennen, ohne dass sich der Satz verändert. Ein Vogel landete schöner am Futterhäuschen. Er gibt wenig, zumindest einen anderen Sinn. Relativsätze sind satzförmige Attribute. Dabei wird ein eigener Satz an einen Nomen geklebt. Der Nebensatz, der dadurch entsteht, beschreibt das Nomen genauer. Der Relativsatz müsste eigentlich das Nomen, um das es geht, enthalten. Es wird aber durch ein Relativpronomen ersetzt. Sie kaufte den Computer, der Computer war günstig angeboten worden. Sie kaufte den Computer, der günstig angeboten worden war. Sie bekam den Hund, auf den Hund freute sie sich schon lange. Sie bekam den Hund, auf den sie sich schon lange freute. Das Relativpronomen kann auch die verschiedenen Kasus übernehmen. Es kann Nominativ sein, im Genitiv ein Genitiv-Attribut ersetzen, im Dativ oder im Akkusativ stehen. Auch ein Präpositionalobjekt kann es ersetzen. Ein Problem besteht nur im Genitiv, weil hier die Genera unterschiedliche Formen haben. Maskulin heißt es dessen, der Mann dessen Tasche geklaut wurde. Feminin heißt es deren, die Frau deren Tasche geklaut wurde. Relativsätze können auch mit Wer oder Was eingeleitet sein. Zum Beispiel, Alles, was ich mir jetzt wünsche, ist ein Bett. Vieles, was hier gesagt wurde, stimmt nicht. All das Schöne, was wir in diesen Tagen erlebt haben, war zerstört. Vereinzelt treten Relativsätze mit Wer oder Was auch als Satzglieder auf. Zum Beispiel, Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Man muss keine Relativsätze verwenden. Sie lassen sich stilistisch einwandfrei durch Hauptsätze ersetzen. Das ist mein neues Fahrrad, das ich mir gestern gekauft habe. Dieser Relativsatz lässt sich problemlos ersetzen durch Das ist mein neues Fahrrad, ich habe es mir gestern gekauft. Anstelle des Relativpronomens Das tritt ein normales Personalpronomen, nämlich Is. Der Unterschied ist klar ersichtlich. Was in einem eigenen Satz formuliert wird, hat mehr Gewicht oder Bedeutung. Was der Einsatz von Relativsätzen dagegen bewirkt, ist die präzise Verbindung von mehreren Informationen. Die Anhebung auf 12 Euro, die der DGB fordert, oder gar 13 Euro, die Sozialverbände verlangen, ist angesichts der Situation in den Branchen, in denen häufig der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird, völlig illusorisch. Das würde den Verlust vieler Arbeitsplätze bedeuten, die durch Kurzarbeit oder staatliche Hilfen gerettet werden könnten. An diesem Beispiel sieht man, dass die Relativsätze Zusatzinformationen liefern, die man zum Verständnis braucht, die aber nicht höchste Wichtigkeit haben. Vorrangig braucht man Relativsätze zur präzisen Beschreibung von Gegenständen oder Sachverhalten. Bild 1 zeigt eine mittelalterliche Darstellung eines Perpetuum mobile. Ein Wasserrad treibt eine archimedische Schraube an, die das Wasser wieder in den oben liegenden Trog hebt. Von dort fließt es erneut auf das Wasserrad, deren Welle mit einem Schleifstein verbunden ist, der damit angetrieben wird und Arbeit verrichten kann. Auch in der fiktionalen Literatur werden Relativsätze verwendet. Aber auch hier zeigt sich, dass Relativsätze einen sehr sachlich distanzierten Ton erzeugen. Andererseits führen sie den Leser stärker, als es die aneinandergereihten Hauptsätze tun. Die Beispiele lese ich jetzt nicht vor. In dem folgenden Beispiel beobachtet der Erzähler aus den Augen der Hauptfigur eine Frau, die sich in einen Fluss zu stürzen droht. Der erste Satz zeigt nur die Beobachtung. In dem nächsten Satz interpretiert der Sprecher die Beobachtung, die er gemacht hat. Zum Denken verwendet er zwei Relativsätze. Die folgende Handlung wird wieder in Hauptsätzen erzählt. Auch dieses Beispiel zeigt, sachliches, distanziertes Sprechen verwendet Relativsätze. Auch in Grillpaters Gedicht Entsagung ist die Grammatik neben Eigenheiten der lyrischen Form für den gestellten Ton verantwortlich. Für ein Gedicht hat es ausnehmend viele, teils verschachtelte Hypotaxen, die weitgehend mit Relativsätzen gebildet werden. Neben den zum Teil personifizierten abstrakten Substantiven sind sie ein Zeichen dafür, dass hier in einer lyrischen Form philosophische Gedanken gewälzt werden. Sie sind jetzt hier in der Zepsang. In der Zepsang, 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 in der Zepsang zu beenden, die zwei drinnen und zählen auf das, Ausatmen in der Zepsang